Die Eingliederungsstätte Basel-Land ist eine Stiftung von Inse Jeme Basel-Land. Seit über 30 Jahren finden in unserer Institution jugendliche und erwachsene Menschen mit einer Behinderung Arbeitsplätze. Eingebettet in einer Lebensgemeinschaft, die sie trägt und fördert. Wir bieten zurzeit rund 400 Arbeits- und 100 Wohnplätze an. Speziell gefördert wird die Integration in die Arbeitswelt. Dabei sind wir ein attraktiver Partner für die Wirtschaft. In der Ausbildung entwickeln und fördern wir Kompetenz und Verhalten durch angepasste Lernformen. Junge Erwachsene können eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anlehre oder Lehre absolvieren. Wir legen Wert auf individuelle Förderung, auch bezüglich lebenspraktischen Fähigkeiten. Auch die Arbeitsangebote sind vielfältig und differenziert. Sie reichen vom geschützten Beschäftigungsplätzen für stärker Behinderte über integrative bis zu vollintegrierten Arbeitsplätzen. Beispiel einer erfolgreichen Kooperation ist Promonta, unser Unternehmen für Elektronikfertigung und Baugruppenmontage. Eine Zusammenarbeit soll immer zum Vorteil der Mitarbeitenden und der Auftraggeber sein. Vielleicht passt das auch für Ihre Firma. ESB – Wir bieten Chancen.